Oder Pizzabrötchen mit Barbecue. Hallo, Bitch! Nicht nach Tanne. Mokka, sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Fisch auch. Fisch? Fisch? Sie ist übrigens eine Fischkatze tatsächlich. Sie mag kein Rind, kein... Was gibt's noch für Katzen? Kein Hähnchen, kein Geflügel, keine Ahnung. Sie mag nur Fisch. Ich gebe nur was dazu. Sie ist auch die lauteste schnurrende Katze, die es irgendwie auf der Welt, glaube ich, gibt. Mokka, was machst du? Komm, gib mal was. Riesen aufs Zeste, komm. Und zwar haben wir für dich heute Laps im Angebot. Oder Pizzabrötchen mit Barbecue. Bisschen skeptisch vor der Kammer. Oh, ich hab jetzt mal einen Trick beigebracht. Mokka, jetzt mach nicht Vorführeffekt, ne? Mokka, jetzt mal. Nein, warte, noch nicht. Mokka. Mokka. Und jetzt? Links. Mokka. 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 Wenn ihr das andere Video gar nicht gesehen habt, also schaut schnell das andere Video. Badezimmer. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Mokka. Mokka ist viel cooler. Ja... Ja... Ja, ähm, ich weiß gar nicht so quier. Mokka. Ja. Schieß'n gajo. Find's gut. Normalem teuten viel exc padet Wenn jemand ein neues Gesundheit ist, mag den. Awww. Was für Technik scheiße? Was mag ich denn? Für Technik. Ja! Oh, das Bindchen. Möchtest du gleich beißen. Das Baum ist, muss ich beißen. Möp. Möp. Möp 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 Möp. Oh, du bist schlurig. Du bist süß! Oh, ist das süß! Riecht nach Tanne! Und tschüss! Tschüss!